Herzlich willkommen auf dem neuen Kanal Deutschland auf der Couch. Hier in Berlin bei dem ganzen Ablauf Bundestag, Zusammenarbeit, Befehlsempfang aus Brüssel, ist so viel unterwegs, gibt es so viel zu berichten, da muss man wirklich ab und zu einfach mal auf die Couch und die ganzen Probleme auf sich wirken lassen, die Probleme analysieren. Wir können Lösungen abseits des Betriebs ansprechen und deshalb ist es wichtig, dass man sich nicht an einen Tisch setzt, dass man sich nicht in irgendeinen Saal reinsetzt, hinter einen Pult stellt oder den sonstigen Weg geht. Auf der Couch, hier muss es laufen, denn Sigmund Freud hat es schon gewusst, die Probleme liegen oft tiefer als die meisten es denken und daher, Deutschland muss dringend auf die Couch. Bis zum nächsten Mal.